Herzlich Willkommen, bringen wir es gleich auf den Punkt. Es geht um Artikel 13 und was ihr im Einzelnen noch tun könnt. Wir hier in Deutschland sind sehr aktiv mit Demonstrationen und das ist auch sehr gut, aber andere Länder sehen da eher mau aus. So wie ich vermute, wie es bei uns auch der Fall ist, werden die Medien es versuchen unter den Tisch zu kehren, so dass relativ wenig ans Licht kommt. Daher gehen müssen wir agieren und ausländische Streamer, YouTuber, Facebooker, Twitter, User, whatever, erreichen und sie dazu motivieren, das nach außen zu tragen, sie zu überzeugen und zu zeigen, eure Karriere steht auf dem Spiel eventuell und was mit dem Internet passiert, ob ihnen das wirklich recht ist. Allem vorweg, appelliere ich an die, die die Landessprache der Länder beherrschen, denn die haben bestmögliche Tools, um mit denen in Kontakt zu treten und sie zu überzeugen. Vor allem, wenn wir jetzt auf Save Your Internet gehen, können wir uns ansehen, welche Länder wie sehr schon überzeugt oder nicht überzeugt sind. Ganz vorneweg ist Frankreich. In Frankreich hat die meisten Abgeordneten, die für Artikel 13 sind. Das heißt also, ich appelliere an meine Community, wenn sich da irgendjemand befindet, der die französische Landessprache so gut beherrscht, dass er es jemandem beibringen kann, was der Artikel 13 auslösen kann und was für Folgen es haben kann, dann soll er dies bitte auch diese Macht, die er in dem Moment besitzt, nutzen und französische Streamer darauf hinweisen, dass es Twitch sagt, wenn der Artikel 13 durchkommt, wir machen die Pforten für ganz Europa zu. Weder Uploads noch Zuschauer werden zugelassen. Haben sie letztens im Twitch-Stream nebenbei in einem Interview gesagt, so nebenbei erwähnt. So, ja, oder was Einschränkungen es für YouTube haben könnte, obwohl YouTube wahrscheinlich die geringsten Einschränkungen haben wird, weil sie ja schon einen Upload-Filter besitzen. Oder was es für Folgen für Facebook, Co. oder kleinere Forum haben können, wenn dies durchkommt, ja. Dahergehend, die, die französisch können, macht euch von mir aus einen Text, ja. Guckt, dass ihr ihn nicht zu lang fasst, ja. Weil umso länger die Texte werden, umso weniger Beachtung bekommt es, weil es einfach zu viel Information auf einmal ist. Versucht euch kurz im Bündnis zu halten und versucht den zu schreiben. Jeder, den ihr irgendwie dazu überzeugen könnt, in Frankreich, blöd gesagt, ein Video zu machen, habt ihr schon mal was bewirkt, ja. Wenn ich mit Englisch komme, habe ich halt weniger Chancen, jemanden das ja verständlich dann nahe zu bringen, als jemand, der die Landessprache beherrscht. Dazu kommt noch zum Beispiel, ups, jetzt habe ich hier noch runtergescrollt, aber können wir uns gleich ansehen, wie rot das hier auch ist, ist Spanien, ja. Spanisch Sprechende, Spanisch Schreibende, auf geht's, haut in die Tasten, versucht das, was ihr könnt, ja. Dazu haben wir noch Italien. Italien sieht etwas besser aus, aber auch nicht viel besser, ja. Bei Italien sind, wenn man hinguckt, 25 gegen und 41 dafür. Also diejenigen, die Italienisch können, haut in die Tasten. Ich vermute mal, dass die Politik darüber schweigen wird, in jedem einzelnen Land, so wie sie es hier in Deutschland auch getan haben und die Medien, ja, es ist durch die Politik erst gar nicht wirklich berichten. Ich werde noch die anderen Länder durchgehen, jetzt im Schnelldurchlauf, die auch noch ein Großteil dafür sind. Und ich hoffe, wir finden noch ein paar, die die Landessprachen beherrschen, die dann agieren können. Zum Beispiel, indem ihr euch ein paar kleine Sätze zusammenlegt und dann euch Zeit nehmt und diejenigen Streamer oder YouTuber Versuchbegriffe in der jeweiligen Landessprache aufsucht, anschreibt, kontaktiert und sie davon überzeugt. Natürlich auch in Facebook und Twitter, nicht vergessen. Kleine Anregung von mir, versucht es als erstes über Twitch. Da könnt ihr über die Suchbegriffe sehr leicht suchen und diejenigen sind auch am härtesten betroffen. Vielleicht findet ihr da als allererstes und am schnellsten Gehör. YouTube, ja klar, mit den jeweiligen Suchbegriffen lässt sich da auch einiges finden. Wenn ihr selbst gerade die Landessprache nicht beherrscht, vielleicht habt ihr ein paar Freunde, die euch dabei helfen können. Ja, ich denke mal, meine Nachricht ist angekommen. Ich blätter hier noch kurz durch. Ich habe noch alle derzeitigen Befürworter des Artikel 13. Ja, es ist laut sehr viel Internet hier in meiner Auflistung drin. Ja. Und ich hoffe, ich kann damit mindestens irgendjemanden erreichen, der handeln kann. Es würde mich freuen, wenn der sich auch noch mal in den Kommentaren melden könnte. Dann würde ich mich noch mal persönlich bei ihm bedanken. So. United Kingdom sieht zwar einen Ticken besser aus. Darauf wollte ich noch eingehen. Die sind schon langsam dabei, hier die Kärtwänder zu machen. Ja. Dann hätten wir hier Portugal. Ist zwar etwas kleiner, aber ihr seht dennoch massiv rot. Ja. Hier auch sehr viel rot, wenig grün. Ja. Wir müssen auf jeden Fall handeln. Hier geht das. Die sind relativ ausgewogen, aber dennoch ein Ticken mehr rot. Ja. Wenn ihr die Landsprache beherrscht, haut raus, haut in die Tasten. Meine Bitte an euch, denn damit können wir noch in den anderen Ländern was bewirken, als uns nur auf Deutschland zu fokussieren. Deutschland hat zwar eine sehr große Anzahl, aber es ist nicht ausreichend, um so viele Länder, ähm, umzustimmen, auf einmal, oder zu überstimmen. Ja. Es sind leider immer noch mehr Länder dafür als dagegen, beziehungsweise viele sind auch ausgewogen. Ja. Aber die meisten tun sich halt. Und in Deutschland hat sich auch schon einiges getan. Während wir am Anfang sehr viele Befürworter hatten, haben wir jetzt, wir sehen, sehr viele, die schon dagegen sind. Wir haben hier schon mal 40, die auf jeden Fall dagegen sind. Und dann haben wir hier noch einige Grüne. Also Deutschland ist in der Kehrtwende. Aber es reicht nicht. Wir müssen da noch mehr Gas geben und wir müssen die anderen Länder erreichen. So. Ich hoffe, meine Nachricht ist angekommen. Ich werde vielleicht mich noch eins, zweimal zu Artikel 13 äußern. Aber das war jetzt das, was mir auf dem Herzen lag, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging und mich nicht hat schlafen lassen. Wir müssen andere Länder angreifen, blöd gesagt. Und denen zeigen, was es für Folgen haben kann. Was ist das Problem? Und die Lösung ist auf keinen Fall Artikel 13. Aber wir müssen denen auch klar machen, dass wir nicht das Urheberrecht zerstören möchten, sondern dass wir es richtig schützen möchten und nicht über einen Filter. Vielen Dank.